Heute bei Carmaniac. Das kontroverseste Auto der letzten Jahrzehnte ist wieder zurück, dieses Mal als Elektro-Variante. Der heißbegehrte Hammer EV. 1000 PS und eine Beschleunigung auf Supersportwagen-Niveau. Ich fahre das einzige Modell in Europa. Wer es zwei bis zehn Nummern kleiner braucht, für den teste ich den VW ID.4. Ist das eine Alternative zu Benzin- und Diesel-SUVs? Und die Elektromobilität ist voller Mythen. Was ist dran an den ganzen Geschichten? Steckt die Elektromobilität wirklich noch in den Kinderschuhen? Es ist hier Stockbooster. Das wird wieder eine Stunde purer Spaß. Wenn ihr euch mit einem Elektro-Enthusiasten, die ja schon mal gern so ein bisschen übertreiben, über die Elektromobilität unterhaltet, dann ist ja kein Argument ein Argument gegen das Elektroauto. Ja, das ist viel schneller als tanken. Man kann zu Hause anstecken. Okay, nicht jeder hat eine Wallbox mit Haus. Und es ist ja viel ruhiger. Man kann sich an der Ladesäule unterhalten. Das ist ja das Argument für die vielen Ladepausen. Also die häufigeren Ladepausen als jetzt bei einem Verbrenner. Aber die wirklich richtigen Punkte werden nie so beleuchtet. Also das, was an einer Ladesäule so passieren kann, wenn ihr Elektroauto fahrt. Und die ein oder andere Wahrheit möchte und kann ich euch nicht vorenthalten. Und die habe ich euch mal zusammengefasst. Hildegard, mein Schatz, warte doch bitte kurz. Ich habe neu gerechnet. Sieh hin. Wenn wir statt 85, 80 hinter dem Lkw fahren, verbrauchen wir statt 16,5 15 Kilowattstunden. Und das bedeutet 60 Cent Ersparnis auf 100 Kilometer. Oh, das ist ja fantastisch. Das ist ja fast eine Kugel Eis. Dafür habe ich dich geheiratet, mein Schatz. Ums Elektroauto gibt es eine Menge Mythen. Ich kläre mal über die vier größten Mythen auf. Mythos Nummer 1. Ladesäulen sind bei Dunkelheit beängstigender als Tankstellen. Was sagst du als Frau jetzt zu dieser Situation hier an dieser Ladesäule, weil da zum Beispiel auch oben das Licht kaputt ist, passenderweise? Wie ist so dein Empfinden? Es ist hier stockduster. Jede dunkle Ecke, die es gibt, hat sich irgendwie hier zusammengefunden. Und es ist einfach uncool, wenn du hier nachts stehen musst. Ich war schon öfter in den Situationen, wo ich mal mit einem Elektroauto eine Strecke planen musste und dann konnte ich mir aussuchen, fährst du in die Dunkelheit oder fährst du bei Tag? Ich nehme immer lieber über die Tagstrecke, weil ich möchte einfach ungerne, wenn es sich vermeiden lässt, in so eine Situation kommen. Also du hast darüber nachgedacht? Auf jeden Fall. Keine Überdachung haben wir hier leider auch nicht. Aber wir haben ja Glück, es regnet nicht. Viel größeres Problem, die Dunkelheit kommt natürlich dazu. Und die kann da schon tatsächlich ein Problem sein. Vor allem, wenn man sieht, was man so für gruselige Sachen findet. Wie zum Beispiel diesen Kinderschuh, wo eigentlich nur noch Kindergesang fehlt und kommt eine quietschende Schaukel. Stell' mal vor, ich möchte jetzt irgendwie noch schneller in die Gaststätte drüben reingehen. So, dann muss ich jetzt erst mal hier. Ja, die ist knapp 200 Meter entfernt. 300 Meter, ja, laufe ich dann erst mal hier über den dunklen Parkplatz. Das ist uncool. Also du hast ja jetzt zum Beispiel mit einem Auto wie mit dem e-tron GT RS den Vorteil, dass du so eine Night Vision Kamera hast, ja, also Wärmebild. Das heißt zum Beispiel, wenn du an die Ladesäule ranfährst, siehst du sogar, wenn jemand im Gebüsch sitzt, ja, was du vielleicht mit dem bloßen Auge nicht erkennen kannst oder vielleicht besser gar nicht erkennst. Aber das Problem entsteht, wenn du aussteigst. Da bist du natürlich so ein bisschen deiner Umgebung ausgeliefert. Also kann man ja tatsächlich sagen, dass dieser Mythos wahr ist. Definitiv. Auf jeden Fall. Also ich würde es schon fast Fakt anstelle von Mythos nennen. Also die Dunkelheit, die ist präsent, nicht gut ausgeleuchtet. Das sieht man als Elektromobilist tatsächlich sehr oft. Aber immer mehr Ladesäulenbetreiber bauen neue Parks komplett mit Überdachung, mit WLAN und mit Mülleimern aus. Das ist toll. Das ändert aber nichts an der Situation für solche Ladesäulen wie hier, wo wir halt eben keine Überdachung haben und eben auch kein Licht. Ja und nein. Es ist gar nicht das Laden per se, das so kompliziert ist, was viele gerne so darstellen. Weil man kommt hierher, schließt den Wagen an, hält die Ladekarte hin und dann lädt es los. Es ist das Drumherum. Nämlich die ganzen Anbieter und die daraus resultierenden vielen Tarife. Das ist wie ein Dickicht. Das heißt, an der einen Säule zahlt ihr mal vielleicht 9 Euro auf 100 Kilometer, an der nächsten das Doppelte oder mehr, weil es eben so viele verschiedene Anbieter gibt. Das müsste vereinheitlicht werden. Vielleicht solche Preistafeln wie bei der Tankstelle würden helfen oder EC-Kartenzahlung. Das heißt, man muss sich vorher schon damit beschäftigen, um zu wissen, wie viel Cent pro Kilowattstunde zahlt man hier. Und das ist schon ein bisschen kompliziert, aber das Laden per se eigentlich nicht. Und die gute Nachricht ist, wenn man es einmal drin hat, dann weiß man, welche Ladesäulen man auslässt und welche nicht. Aber auch da kann es schnell mal kompliziert werden. Denn Ionity zum Beispiel hat einen Ladenetzverbund. Das heißt, man kriegt bei einem Audi eine e-tron-Karte, bei einem Porsche eine Porsche-Karte und lädt dann günstiger. Das nutzt aber zum Beispiel einem Peugeot-Elektro-Fahrer nichts, denn der profitiert nicht von günstigeren Preisen. Also wie man sieht, muss man das tatsächlich mit Ja und Nein beantworten. Es ist teilweise schon etwas kompliziert, ja. Mythos Nummer 3. Durch Ladesäulenblockierer kommt es immer wieder zu Übergriffen. Okay, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, was das Blockieren von Ladesäulen angeht. Von solchen Geschichten habe ich noch nie gehört. Aber was man leider immer wieder hört, sind zugeparkte Ladesäulen in der Stadt. Gar nicht so an Rastanlagen, denn hier merkt man eher, dass es eine Ladesäule ist. Oft hat es dann mit Ignoranz zu tun oder mit dem fehlenden Wissen, dass es sich überhaupt um eine Ladesäule handelt. Fakt ist, der Elektroautofahrer hat dann natürlich das Pech, nicht laden zu können. Und das muss sich bessern. Entweder mit entsprechenden Bußgeldern oder auf irgendeine andere Art und Weise. Am besten funktioniert es natürlich, wenn jeder ein bisschen aufmerksamer ist und man als Verbrennerfahrer weiß, dass der Elektroautofahrer ganz speziell in der Stadt oft darauf angewiesen ist, dort zu laden, zum Beispiel über Nacht. Und deswegen mit ein bisschen mehr Umsicht klappt das alles und solche Szenen können gar nicht erst entstehen. Mythos Nummer 4. Elektroautos laden dauert immer ewig. Kann stimmen, muss aber nicht. Kommt drauf an, welche Säule man anfährt. An einer solchen Säule mit einem solchen Auto oder generell mit einem 800 Volt Ladesystem, wie es auch der Hyundai Ioniq 5 hat oder der Kia EV6, ist das teilweise so, dass man nicht mal auf die Toilette gehen kann und sich ein Brötchen kaufen, weil das Auto schon auf einen wartet und man hat Zeit verschenkt. Aber es gibt auch 50 kW-Säulen, also extrem langsame Gleichstromsäulen. Und das bedeutet, man muss ganz genau wissen, welche Säule man anfährt. Weil wenn man das nämlich nicht weiß, dann kann es sein, dass man mit einem Auto, das sau viel ziehen kann, an eine Säule fährt, die nicht sau viel geben kann. Denn es ist immer die Priorität, was kann der Geber? Und dann sekundär, was nimmt der Nehmer? Gleich bei Car Maniac. Das kontroverseste Auto der letzten Jahrzehnte ist wieder zurück, dieses Mal als Elektroauto. Der heißbegehrte Hammer EV. 1000 PS und eine Beschleunigung auf Supersportwagen-Niveau. Ich fahre das einzige Modell in Europa. Wer es zwei bis zehn Nummern kleiner braucht, für den teste ich den VW ID.4. Das kontroverseste Auto der letzten Jahrzehnte ist wieder zurück, dieses Mal als Elektroauto. Der heißbegehrte Hammer EV. 1000 PS und eine Beschleunigung auf Supersportwagen-Niveau. Ich fahre das einzige Modell in Europa. Wer es zwei bis zehn Nummern kleiner braucht, für den teste ich den VW ID.4. Ist das eine Alternative zu Benzin- und Diesel-SUVs? Das folgende Auto, und da spoilere ich natürlich ein bisschen, ist schon ein tolles Auto als Verbrennerersatz. Es hat alles, es hat Platz, es hat genügend Akku, es ist auch wirklich effizient. Aber da fehlt natürlich immer das Quäntchen Emotion für euch, zu entscheiden, ob ja oder ob nein. Und genau deswegen muss ich ihn euch ja mal ein bisschen im Detail präsentieren. Genau das mache ich jetzt. Den VW ID.4. Das ist der zweite im Bunde von der Volkswagen ID.-Reihe. Und das kann er. Elektromobilität könnte so einfach sein. Ein Auto mit ordentlich Platz, einem anständigen Antrieb und das bei der Reichweite alltagstauglich ist. Könnte der VW ID.4 genau dieses Auto sein? Keiner hätte gedacht, nicht mal ich, dass Volkswagen mit seiner MEB-Plattform diese ID-Reihe so erfolgreich rausbringt, wie sie das gemacht haben. Jedem sollte der ID.3 ein Begriff sein. 2020 kommt der VW ID.3 als erstes Elektroauto von Volkswagen auf der MEB-Plattform auf den Markt. Er gilt als Elektro-Variante des Golf, aber an dessen Zulassungszahlen kommt er noch lang nicht ran. Der Golf verkauft sich rund viermal so oft. Danach kam der ID.4. Für wen aber? Ja, irgendwann kommt der Moment, wenn die Tiguan-Fahrer oder Fahrer dieser Klasse sagen, hey, ich möchte jetzt mal das Thema Elektromobilität ausprobieren, aber ich brauche ja die Parameter vom Tiguan. Also Platz, irgendwie vielleicht ein bisschen höher sitzen. Und da präsentiere ich an dieser Stelle mal den ID.4. Genau diese Eigenschaften soll dieses Elektro-SUV mitbringen. Er ist zwar 14 Zentimeter kürzer als ein VW Tiguan Allspace, aber preislich spielen die beiden in einer Liga. Deshalb blicken wir mal in die technischen Daten. Der Tiguan Allspace kostet mit 190 PS-Benziner und Allradantrieb rund 45.500 Euro und verbraucht im Schnitt 8 Liter super. Der Innenraum ist im typischen VW-Schick des letzten Jahrzehnts gehalten. Die größte Stärke ist der Kofferraum. Hier gehen bei umgeklappten Sitzen bis zu 1920 Liter rein. Wir nehmen mal diese Daten mit und schauen, wie sich hier der ID.4 schlägt. Kann der ID.4 als Elektro-Familien-SUV eine Alternative sein? Ich finde, die sehen echt schick aus. Ich mag es, wenn ein Auto nicht allzu krass auf, hey, ich bin Elektro, ich bin die Zukunft macht, sondern schon noch so ein bisschen in die allgemeine Straßenharmonie passt. Das hier ist die 77 Kilowattstunden-Variante mit dem größten verfügbaren Akku mit Heckantrieb. Es gibt die noch mal als GTX. Das ist so ein bisschen das GTI von der Elektroabteilung. Hat dann also Allrad, hat dann 300 Pferdchen. Hier müssen wir uns mit 204 Pferdchen begnügen, einem Heckantrieb, weil ja der Motor hinten ist. Hier schon mal der erste Unterschied zum Tiguan Allspace. Der hat für den Preis einen Allradantrieb, immer ohne E-Förderung gerechnet. Beim ID.4 Pro Performance sind das dann rund 46.000 Euro. Dafür gibt es 204 PS, viel Platz und einen Heckantrieb. Es ist einfach komfortabel, dieses geräumige, große Auto zu fahren. Ich bin 1,88 Meter groß, kann den Sitz noch weiter runter tun, wie man sieht und habe hier deutlich mehr als eine Faust Platz nach oben. Also selbst wesentlich größere Menschen finden hier Platz. Und dann auch noch einen Platz. Beim Kofferraum zieht aber der ID.4 den kürzeren. Hier passen maximal 1575 Liter rein. Das sind über 300 Liter weniger als im Tiguan Allspace. Im Gegensatz zu vielen anderen Fahrzeugen gibt es ein Problem bei der VW-Familie. Dazu gehört Skoda, dazu gehört Cupra und natürlich VW selbst, ist die Tatsache, dass wir hier leider keinen vorderen Kofferraum haben und auch keinen Haubenlifter. Also hier kann man Bizeps-Training machen. Finde ich schade, auch wenn man hier vorne nicht viel zu tun hat, wäre ein Haubenlifter gut und eine Aufbewahrung zusätzlich zum Kofferraum hinten. Warum? Wir haben ja sowieso keinen Motor vorne, allen voran hier nicht, wo der Motor ja nur hinten ist. Da hätte man den Platz hier vorne auch ein bisschen cleverer nutzen können. Übrigens, Audi gehört ja auch dazu. Die nutzen auch die gleiche Plattform. Also das wird schon ordentlich durchgereicht. Und mit dem hier hat man eigentlich den erfolgreichsten Vertreter neben dem Skoda Enyaq mit dem ID.4. Weil man alles hat Platz, Fahrdynamik, natürlich auch einen gewissen luxuriösen Aspekt. Aber das müssen wir uns jetzt natürlich mal genauer von innen anschauen und den Hobel auch mal ein bisschen auf die Straße bringen und die Ionen wieder aus dem Akku schütteln. Also geht es erstmal auf die Autobahn. Hier fällt schon die erste Schwachstelle beim VW auf. Was mir so ein bisschen fehlt beim VW ID.4 ist diese Rekuperation, also diese Motorbremse, wenn man vom Gaspedal geht. Gibt es hier zwar, kann man hier einstellen, habe ich jetzt auch gemacht, ist hier oben wie bei dem BMW i3 der Gangwahlhebel. Also nicht so oder nicht so. Und wenn man dann vom Gas geht, dann bremst er merklich ab. Ich würde mir aber wünschen, dass ich hier diese Schaltpedals hätte, wie bei vielen anderen Elektroautos, um einfach spontan die Intensität einzustellen. Das ist jetzt auf der Autobahn nicht wichtig, aber auf der Landstraße schon, wenn du mal dynamischer fährst, willst du halt mal vielleicht rollen lassen oder vielleicht mal abbremsen lassen. Je nachdem, ob kurvenreich oder nicht. Also das habe ich schon vorher gemerkt, dass ich das machen wollte. Hat man nur hier und dann sind halt nur zwei Stufen. Entweder gar nicht oder halt mit dieser Abbremsfunktion. Positiv ist allerdings die Tatsache, dass VW bei der Navigationssoftware ordentlich nachgebessert hat. Das ist für mich einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich mit der Family darauf konzentrieren kann, zum Packen, sich ins Auto reinzusetzen, das Ziel einzugeben und loszufahren. Und nicht, wie noch vor zwei Jahren oder anderthalb, im Elektroauto erstmal am Abend zu vorgucken, da muss ich laden und da muss ich laden. Nein, das macht alles das Auto und das muss auch so sein. Bei den neueren VW-Softwares kann man dann sogar noch Ladefilter einstellen, mit wie viel Akku möchte ich am Ziel ankommen, an der Ladesäule ankommen, welche Anbieter möchte ich. Also tipptopp gemacht die neue Software. Die alte war Grotte, die neue ist toll. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, bei einem Elektroauto, damit ich kopfschmerzfrei fahren kann, vor allem im Ausland. Der ID.4 Pro Performance hat einen 204 PS starken Elektromotor auf der Hinterachse. Der braucht 8,4 Sekunden, um das SUV auf 100 zu beschleunigen. Das macht ein Tiguan Allspace mit 190 PS 0,8 Sekunden schneller. Und auch bei der Höchstgeschwindigkeit muss der ID.4 dem Tiguan Platz machen. Wer sich jetzt so ein bisschen verliebt hat und sagt, hey, das könnte mein erstes Elektroauto sein, so mit Family, großem Kofferraum, ja, 545 Liter, das ist doch schon ordentlich auf jeden Fall. Der muss aber wissen, dass dieses Auto hier bei 160 kmh abgeregelt ist, so wie fast jedes Elektroauto in dieser Klasse. Und ja, auf einer deutschen freien Autobahn. Ich weiß, ich wiederhole mich in den Beiträgen, wenn ich Autos teste, aber ich finde das einfach nicht gut. Das finde ich einfach nicht gut, weil man manchmal bei Überholmanövern dann plötzlich Elefantenrennen macht, weil man im Topspeed ist und der andere fährt neben einem. Das ist irgendwie dumm gemacht. Also zumindest für die Situation, wo man ein bisschen zügiger fahren will, wären halt 200 nicht schlecht. Ich meine, wir haben ja auch 204 PS. Das ist ja jetzt kein schwaches Auto unterm Strich. Also in Sachen Performance ist der Tiguan deutlich überlegen. Er beschleunigt schneller und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 213 kmh. Die Assistenzsysteme finde ich sehr gut, von VW gemacht, die auch sehr wichtig sind bei so einem Langstreckenauto, viel Platz, man fährt mal längere Strecken. Die Bedienung finde ich nur nicht gut, nach wie vor bei Volkswagen. Das ist bei Cupra auch so, bei Skoda wiederum nicht, obwohl zur VW-Familie gehörend, weil da hat man ein bisschen haptischere Tasten. Hier hat man diese Touch-Tasten und man muss immer wischen. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch eigentlich im 1er-Schritt erhöhen wollen, habe aber im 10er-Schritt erhöht. Weil ich habe, also dieses Feingefühl ist so schwierig herauszufinden und in der Schweiz beschleunigst du da schnell mal einen 10er-Schritt mehr hoch und rennst in den Blitzer rein. Also diese Bedienung finde ich nicht schön, aber dafür finde ich den Lenkassistenten wirklich sehr gut. Also den Travel Assist, den muss man allerdings mit einem zusätzlichen Knopf auch nochmal aktivieren. Und dann haben wir einen blendenden Lenkassistenten, der uns hier über die Straße führt mit dem Augmented Reality Head-Up-Display. Das blendet uns dann die Spurführungslinien ein, den Vordermann signalisiert er uns. Wir kriegen fliegende Pfeile, wenn wir eine Abfahrt haben. Kommen wir nun zum wichtigsten Thema bei Elektroautos. Der Reichweite. Der VW ID.4 hat einen 77 Kilowattstunden großen Netto-Akku, der bei moderatem Tempo auch für längere Reisen tauglich ist. Im Sommer kann man so ungefähr mit einem Verbrauch von 21,5, 22 Kilowattstunden rechnen, wenn man so 120, 130 fährt. Das heißt, man schafft so ungefähr 320 Kilometer. Im Winter ein bisschen weniger. Allerdings ist der Unterschied bei VW gar nicht so groß zwischen Sommer und Winter. Genauso wie an der Ladesäule nicht, erstaunlicherweise. Und da gibt es etwas zu sagen. Denn wenn er der ist, müssen wir an die Ladesäule. Und genau das machen wir jetzt. Beim Thema Laden ist es so, dass Volkswagen nachgeliefert hat. Am Anfang konnte der ID.3 wesentlich weniger ziehen. Dann kam der ID.4 und man hat die Ladeleistung erhöht. Mittlerweile sind wir bei 170 kW. Aber orientieren wir uns mal an der Zeit. Ich glaube, das ist für die meisten greifbarer. Wenn ihr also ungefähr 320 Kilometer gefahren seid und runter seid auf 5 Prozent, steckt ihr ihn an. Ist auch besser. Je leerer der Akku, desto besser kann er laden. Und dann müsst ihr je nach Modellvariante mit ungefähr 29 Minuten bestenfalls rechnen. Von 5 bis 80 Prozent. Schlimmstenfalls 34 Minuten. Die gute Nachricht ist, dass bei VW dieses Thema Laden eigentlich sehr stabil ist. Also ich konnte bei meinen Messungen bisher bei 0 Grad genau dieselbe Ladezeit erzielen, die Volkswagen verspricht, wie auch bei 26 Grad. Also der Temperaturunterschied hat da nichts ausgemacht. Das heißt, Sommer oder Winter funktioniert sehr gut. Das Auto hat eine Akku-Vorheizfunktion. Diese ist aber nicht zuschaltbar, sondern aktiv. Wenn der Wagen einen Schwellenwert unter 5 Grad hat, dann fängt er an, den Akku vorzuheizen. So oder so. Haben wir diese 5 Grad nicht unterschritten, sondern fahren bei 15 Grad, dann reicht dem Fahrzeug auch die normale Fahrtwärme auf der Autobahn dafür, dass er den Akku eben entsprechend vortemperiert, damit man die perfekte Ladeleistung hat. Natürlich kann beim Thema Reichweite der ID.4 nicht mit dem Tiguan mithalten. Der schafft mit einem Tank rund 800 Kilometer. Aber er kann durchaus eine Alternative sein. Wer keine 200 auf der Autobahn braucht und nur selten die volle Reichweite ausnutzt, könnte auch mit Familie hier glücklich werden. Jeder weiß, ich trage keine rosa-rote Brille für die Elektromobilität. Ich kritisiere immer alles, was es zu kritisieren gibt. Aber ein Auto wie der ID.4 beweist, dass die Elektromobilität wirklich heute schon super funktioniert. In Klammern natürlich, je nachdem, wo man, also in welchem Land man unterwegs ist. Aber gerade auf der Autobahn habe ich wieder gemerkt, wie gemütlich das Auto ist, wie schön das ist, so ruhig auch zu fahren. Und ich finde auch nach diesen über 300 Kilometern die erste Ladepause zu machen, relativ adäquat mit Family. Natürlich nicht, wenn ich jetzt mit meiner Family nach Süditalien runterfahren würde. Da sind die Pausen schon ein bisschen zu oft. Da ist das noch nichts. Aber für den Alltagsdeutschen tolle Sache. Super Software mittlerweile, sehr gemütlich, genügend Platz. Auch eigentlich genügend Power, wenn nicht für meinen Geschmack, aber für die Masse denke ich schon. Also man hat, obwohl wir am Anfang der Elektromobilität sind, in Anführungsstrichen, doch schon was sehr Gutes damit gezeigt. Und wer sagt, das ist immer noch nichts für mich anhand der Parameter, die ihr jetzt in diesem Beitrag gehört habt, der kann ja sehen, was uns in ungefähr fünf Jahren erwartet, wenn das schon der Anfang ist. Er sieht schnieke aus. Man kann echt nicht sagen, wer ein bisschen mehr Power will, kann zur GTX-Variante greifen. Also alles in allem wirklich sehr viel richtig gemacht, wie ich finde. Wir kommen zu dem Mann mit dem Hammer. Also nicht zu Chris Hemsworth, sondern zu dem Mann mit dem Elektrohammer. Der Mann, der die Männer glücklich macht, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, er macht sie glücklich mit Big Block Motoren, mit amerikanischer Power. Eine Pilgerstätte in der Nähe Münchens, vor den Toren Münchens, wo Leute hingehen, natürlich auch Frauen, die das cool finden, um einfach nur diese Autos zu sehen. Seit Jahrzehnten im Game, Karl Geiger von Geiger Cars. Und jetzt hat er auch einen elektrischen da, nämlich den Hammer EV. Normalerweise ist mein Gast ja hier auf diesem Sessel, aber in diesem Fall konnte ich mir einfach nicht nehmen lassen, ihn persönlich zu besuchen. Nirgendwo gibt es einen größeren Kontrast als hier. Wie als wenn der Car-Maniac vor Geiger Cars steht. Geiger Cars ist die Anlaufstelle, wenn es um amerikanische Autos mit viel PS, viel Hubraum und seltene Sammlerstücke geht. Egal wie schwer ein Auto zu bekommen ist, Karl Geiger hat es garantiert. Aber das ist ein guter Kontrast, Leute, denn ich habe nicht vergessen, wo mein Herz herkommt. Und das sind natürlich Verbrennungsmotoren. Verbrennungsmotoren mit viel Lärm, mit viel Potenz. Und ich erinnere mich zurück an meine Kindheit, als ich noch in Trudering bei München zu Geiger Cars gefahren bin. Mal alleine mit den Öffentlichen oder mal mit meinem Vater. Und dann haben wir uns die ganzen amerikanischen Autos angeguckt. Und heute, so ich weiß nicht, 25 Jahre später, vielleicht reicht das noch nicht mal, stehe ich jetzt hier immer noch in München vor Geiger Cars und werde etwas ausprobieren, das letzten Endes auch für hier das komplette Kontrastprogramm ist. Weil was erwartet man hier in diesen heiligen Hallen nicht, in diesem Neckar für Autofans? Etwas, das über eine Hochvoltbatterie angetrieben wird. Er ist wieder zurück. Der Hammer. Nachdem General Motors den H2 2010 eingestellt hat, kommt der Hersteller jetzt mit einer Elektro-Variante des Kult-Geländewagens. Alles ist noch mal extremer, größer, schwerer, schneller. Und jetzt voll elektrisch. Hier steht eigentlich Karl Geiger, der Mann, den jeder kennt, hinter diesem Namen. Zu dem Thema Elektromobilität, das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Sache, das herauszufinden, um mal mit ihm ein bisschen rauszugehen und ihn auch mal mit der Elektromobilität zu konfrontieren. Und dann habe ich natürlich die dicke, 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 fette Überraschung für euch, nämlich den Hammer EV. Auf geht's! General Motors hat mit dem Hammer EV voll ins Schwarze getroffen. Die erste Edition ist bereits ausverkauft. In Europa gibt es genau ein Modell und das hat Karl Geiger. Und genau mit dem habe ich heute ein Date. So, Freunde, im Geschichtsunterricht gibt es immer Sachen über Karl den Großen. Hier lernen wir Karl den Geiger kennen. Beziehungsweise, was heißt kennen, jeder von euch kennt ihn. Natürlich den Mann, den man hier noch original im Büro antrifft, wenn man sich hier Autos anschauen geht. Das ist ziemlich untypisch heutzutage. Und egal, wie oft ich hier war, schon eine ganze Weile her oder in Trudering drüben, du warst immer irgendwie da. Ja, klar, das muss man ja da sein. Für Kinder, für Kunden, für alle. Wir belustigen natürlich auch alle. Ach so, ihr belustigt. Ja, das könnt ihr gut. Aber du hast ja jetzt auch was Elektrisches da, ne? Ja, wir haben ja schon jahrelange elektrische Autos im Programm. Man muss immer sehen, in der, so 2000 rum, ist ja von General Motors schon der Tahoe, der Escalade, als Hybridautos gebaut worden. Es hat ja den Volt, den Bolt, gibt es ja schon ewig lang. Da hat es hier noch gar keine Elektroautos gegeben, war das ja in den USA schon aktuell. Für mich ist das einfach auch ein Problem mit der Gewährleistung. Und Garantie, wir haben ja jetzt schon viele Probleme. Was kommt dann? Bei einem Verbrenner können wir uns helfen, wir machen das seit 43 Jahren, das Geschäft. Also da sind wir gut dabei. Aber mit einem E-Auto hatten wir auch schon einen Fall, wo dann nicht mehr das Werk gewusst hat, was man jetzt machen muss. Das Auto ist halt einmal sechs Wochen gestanden. Wir konnten nicht helfen, wir durften auch die Batterie nicht aufmachen. Das Werk hat nicht gewusst, um was es geht und das Auto ist einfach gestanden. Und von dem Ganzen habe ich Angst. Das Hauptgeschäft ist für uns einfach Benzinautos, möglichst acht Zylinder, auch ein paar Zehnzylinder. Aber gut, es gibt für mich nur ein Auto, was mich fasziniert. Das ist tatsächlich der Hammer EV. Die First Edition hat 1000 PS. Und das ist natürlich faszinierend, was das Auto für eine Leistung hat. Aber wenn halt die Batterie leer ist, ist es für mich eine Katastrophe. Das ist das Schlimmste für mich, irgendwo auf die Autobahn zu gehen und Freundschaft zu schließen, die ich gar nicht will, an der Ladestation, dass ich mich unterhalten kann. Das ist überhaupt nicht meine Abteilung. Dann funktioniert die App nicht, dann funktioniert die Kreditkarte nicht. Also würde ich am liebsten mit dem ADAC heimfahren. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber der Hammer fasziniert mich halt, weil er eine wahnsinnige Leistung hat. 3,5 Sekunden auf 100, 1600 Newtonmeter Drehmoment. Für das Teil vor allem auch, wenn man sich das mal anguckt. Wiegt 4300 Kilo. Der Akku hat 1500 Kilo. 1500 Kilo? Die meisten Autos, ja gut, die hier schon, aber so die meisten Autos, hier Ford GT, die sind ja eigentlich das Akkugewicht vom Hammer. 1550. Und ja, aber es steckt richtig was drin und man muss schon ein richtiger Sportwagen an die Startlinie bringen, damit du damit halten kannst. Dass du den dann niederbügeln kannst. Also wir haben schon einige Autos getestet, auch in Hockenheim, auf der Quartermeile. Also da schaut der Corvette mal alt aus. Also für die Viertelmeile ist die Corvette nicht vorne. Und das sagt er als V8-Fan. Und das ist er, der Hammer EV First Edition. Ein Geländemonster mit unglaublichen Daten. Dieses Auto hat ein Leergewicht von 4,3 Tonnen. Drei Elektromotoren, 35 Zoll große Offroad-Reifen. Die Gesamtleistung liegt bei 1000 PS. Hier ist der stärkste Akku in einem Serien-Pkw verbaut. Im Innenraum sind jetzt auch Displays eingezogen. Ob On- oder Offroad, jede Fahrsituation wird hier digital festgehalten. Und weil bei diesem Auto alles so extrem ist, brauchen wir hier sogar zwei Datentafeln. Einer hat sich bereits 2017 einen elektrischen Hammer H1 bauen lassen. Der Arnold Schwarzenegger. Der bekennende Hammer-Fan war der Erste, der den Hammer als Alltagsauto gefahren hat. Diesen Hammer H1 hat eine Firma aus Österreich für den Terminator umgebaut. Obwohl der Wagen fünf Jahre vor dem offiziellen Hammer EV gebaut wurde, sind die Daten beeindruckend. Der Kreisel Electric H1 hat einen 100 Kilowattstunden großen Akku und umgerechnet 490 PS. Maximal 120 kmh Topspeed möglich, das reicht in Kalifornien. Die Reichweite liegt bei rund 300 Kilometern. Aber das ist kein Vergleich zum neuen Hammer EV. Oder Arnie. Dieser überbietet all diese Werte bei Weitem. Die Sensation schlechthin, das Ding. 4300 Kilo. 4300 Kilo. 1500 wegen die Akkus, also man muss schon immer 1500 Kilo mitschleppen. General Motors hat einen kleinen Trick angewendet. Um den Hammer mit genügend Batteriekapazität auszustatten, wurden hier einfach zwei Schichten Akkuzellen übereinander gelegt. In Summe sind es rund 212 Kilowattstunden netto Akkukapazität. Daraus resultiert das hohe Gewicht. Du kannst die Dächer rausmachen. Hat 1635 Newtonmeter Drehmoment. 1000 PS. Gut, das mit den 1000 PS ist für mich nicht so überraschend. Nicht. Kennen wir ja von Tesla und sowas. Aber das ist schon echt überpervers. Das ist schon komplett abgefahren. Wenn ich jetzt sage, ich möchte den heute mitnehmen, was verlangst du für den? Den gebe ich dir gar nicht. Das ist tatsächlich in Europa das einzigste Auto. 1000 PS. Und die TÜV-Abnahme oder die Prüfungen sind sehr schwierig. Wir sind jetzt dann durch. Wir haben alles geschafft. War aber nicht einfach. Aber wenn du so ein Auto importierst, musst du ja Komplettabnahme machen. Das heißt, Geräuschmessung durchgefallen. Moment. Ein Elektroauto, das durch eine Geräuschmessung durchfällt? Man muss natürlich ein Elektroauto auch prüfen. Man muss die Geräuschmessung machen. Die Geräuschmessung 51.02. Das ist so eine Richtlinie. Das heißt, man fährt in einem bestimmten Gang bis 50 auf den Punkt hin. Und dann gibt man Vollgas bis 70. Das ist natürlich durch die einfache Prüfung durchgefallen. Weil die Räder zum Quietschen anfangen. Weil er natürlich so viel Drehmoment hat, wenn man auf den Punkt Vollgas gibt, dass wir durchgefallen sind. Auch auf trockenem? Auf einer richtigen guten Strecke pfeift er richtig weg. Du wirst es nachher sehen, wie das Ding tatsächlich geht. Das ist unfassbar. Unfassbar. So, dann, wo ist der V8? Jetzt brummt er mal kurz. Aber diese synthetischen, also ich mag überhaupt nicht diese künstlich erzeugten Sounds bei Elektroautos. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Brauchen wir nicht. Ich würde sagen, jetzt fahren wir mal. Der Elektro-Koloss braucht auch keinen Sound-Composer. Das erledigen die 35 Zoll großen Mud-Terrain-Reifen. Ist das der Sound-Composer oder sind das die Reifen? Die Reifen, der Antrieb. Echt? Sag ja, die Geräuschmessung war heftig. GMC hat mit dem Hammer ein echtes Freizeitauto auf die Räder gestellt. Dass du das komplett aufmachen kannst. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also ein Auto dieser Größe mit Pritsche hinten und dann kannst du das aufmachen. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist ein Aulrander. Für Sommer, Winter, Strand, Berge, Schnee. Da ist alles drin. Volle Packung. Der 2,20 Meter breite und 5,5 Meter lange Hammer ist für jede Alltagssituation gewappnet. Egal ob Cabrio oder Arbeitstier. Hinten gibt es eine Ladefläche, die rund 1,50 Meter tief ist und knapp 2 Meter breit. Und vorne gibt es einen XXL-Frunk, also Kofferraum. Dieser hat mit 320 Litern Fassungsvermögen mehr Platz als so mancher Kompaktwagen. Und der Hammer kann auch sportlich. Zumindest bis er die elektronische Reißleine wirft. 150, 160, 170. Wo regelt er ab? Bei 170 ungefähr. Das ist auch das Problem mit der Reife dann. 200 ist okay, aber 170, das ist mir zu langsam. Der Hammer ist kein Top-Speed-Kandidat, aber dafür ein waschechter Geländewagen. Es gibt wahrscheinlich keine Situation, die dieses Auto nicht meistern könnte. Der EV besitzt zum Beispiel eine höhenverstellbare Luftfederung. Voll hochgepumpt liegt die maximale Bodenfreiheit bei 40 Zentimetern. Wasserdurchfahrten gehen bis zu einer Tiefe von 80 Zentimetern. Das alles ist für Karl Geiger aber zu viel Technik. Man darf am Handy nicht spielen, weil es lenkt einen ja ab vom Fahrer. Wenn wir versuchen, Tankstellen zu finden und alles muss genau berechnet werden, sind die Leute mit dem Bildschirm beschäftigt und nicht mit dem Verkehr. Das ist für einen moderner Mensch. Aber ich so oldschool. Mir ist es am liebsten, wenn ich einen Knopf habe zum Drehen. Musik rein laut. Also laut-leise. Und auch einen Heizungsschieber habe. Keine elektronischen Regler. Echt? Im Notfall auch ein Navi, weil die meisten Strecke kenne ich auswendig. Also ein Navi ist gut, aber alles andere brauche ich in keinem Auto drin. Ich bin da komplett oldschool. Am Urhammer, der für die US-Armee entwickelt wurde, sieht man die Veränderungen am deutlichsten. Der Humvee, so die offizielle Bezeichnung, ist ein spartanischer Geländewagen für das Militär. Aus diesem Fahrzeug entstand Anfang der 1990er Jahre dann der Hammer H1. Heute dominieren große Screens den Innenraum, damals kleine Analog-Anzeigen. Und im Vergleich zum H1 ist die Elektro-Variante mit 5,50 Meter sogar nochmal um 80 Zentimeter länger. Am beeindruckendsten an diesem Pick-up-Truck sind die drei verbauten Elektromotoren. Einer vorne, zwei hinten. Was die anstellen, ist einfach unglaublich. Von 0 auf 100 in knapp über drei Sekunden. Und das trotz des hohen Gewichtes von 4,3 Tonnen. Jetzt fährt das Auto runter. Lowering, ja, sehe ich. Die Beschleunigung fühlt sich an, wie in einem startenden Flugzeug. Wie heftig der Vortrieb ist, hat Karl Geiger bei einem Drag Race gegen den Lamborghini Aventador SVJ mit 770 PS gezeigt. Der Elektro-Hammer kann bis 80 kmh mithalten. Erst dann zieht der Lamborghini davon. Ich kann jetzt noch ein bisschen mehr anfangen. Ich weiß nicht, wie viele Autos es gibt, aber ich schätze, es gibt keine 500 Autos und darum möchte ich den jetzt noch nicht hergeben. Wenn dann verkaufe ich ihn in den USA, dann gibt es für so ein Auto 300.000 Dollar. Also doch eine Frage des Preises, wenn ich sage 350, dann kriege ich ihn ja. Lass mal erst mal gucken. Ich bin noch kein E-Sammler. Gleich geht's weiter mit Karl Geiger und dem Hammer EV. Ich darf dieses Mal ans Steuer des Monster Trucks. Wie steht es um die Reichweite und den Verbrauch beim Hammer? Vor der Werbung waren wir für allejenigen, die es verpasst haben sollten, bei Karl Geiger. Die Adresse, wo es um pures Benzin geht und amerikanische Power. Jetzt aber beschäftigen wir uns mit dem Hammer EV. Das kontroverseste Auto der letzten Jahrzehnte ist wieder zurück, dieses Mal als Elektroauto. Der heiß begehrte Hammer EV. Jetzt darf ich auch mal ans Steuer. Boah, ist das krass zu fahren. Ja, ein Schlosswagen. Selber fahren ist immer ein bisschen anders, ne? Aber er fährt sich eigentlich relativ leichtfüßig, finde ich. Schwer, PKW. Also, ja, ja, total. Um das 5,5 Meter Schiff auch im Alltag stressfreier zu bewegen, hat der Hammer eine mitlenkende Hinterachse. Dadurch liegt der Wendekreis bei gerade mal 11,6 Metern. Das sind nur 70 Zentimeter mehr als bei einem Golf 8. Aber das absolute Highlight ist der Crab Walk, also der Krabbengang. Die Hinterräder können sich nämlich nicht nur entgegengesetzt, sondern bis zu 10 Grad parallel zu den Vorderreifen bewegen. Dadurch kann das Auto wie eine Krabbe seitwärts manövrieren. Wie steht es aber um die Reichweite und den Verbrauch beim Hammer? Ja, wir haben jetzt genau 50 Prozent Akku und 255 Kilometer zeigt er uns an. Das heißt, er schafft 500 Kilometer mit 200 Kilowattstunden Akku. Ja, ist schon... Könntest du das mal in Liter erklären? In Liter? Ja. Im Verhältnis von Kilowattstunden zum Verbrauch von einem Benziner. Er braucht 40 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und das entspricht 4 Liter Superbenzin. Auf 100 Kilometer? So der Heizwert auf 100 Kilometer. Doch, okay. Also egal wie du es drehst und wendest, egal wie ineffizient dieses Auto sein mag, es ist trotzdem noch mindestens um das Dreifache effizienter als ein vergleichbarer V8-Verbrenner. Das ist schon eine heftige Ansage, ne? Und auch bei den laufenden Kosten stellt der Hammer seine Vorfahren in den Schatten. Da stecke ich also an an der Wallbox und könnte diesen Akku in... mit meiner Wallbox ja in so knapp unter 20 Stunden voll kriegen, von ganz leer auf ganz voll. Aber er hat auch einen enorm großen Akku. Und würde bei diesem 100 Kilometerpreis, ich zahle 30 Cent pro Kilowattstunde Ökostrom oder vielleicht auch gar nichts, weil ich habe ja eine Photovoltaikanlage. Aber sagen wir mal nur den normalen Ökostrompreis von 30 Cent je Kilowattstunde. Da bist du bei 40 Kilowattstunden bei 12 Euro, wenn ich jetzt nicht falsch rechne, je 100 Kilometer. Ja. 12 Euro? 12 Euro je 100 Kilometer, wenn ich ihn zu Hause lade. Ja. Und wenn du an der Schnellstation ladest, was kostet es mehr? An der Schnellstation musst du im Schnitt, also im Schnitt musst du ungefähr das Doppelte rechnen wie den heimischen Strom. Ja doch, weil, also das sind ja Schnelllader, die müssen sich ja auch irgendwie reinvestieren. Ja. So ein Schnellladepark kostet mal schnell so zwischen 500.000 und 1.000.000. Und Strom ist in Deutschland halt einfach nicht günstig. Ja. Und dafür sind wir doch noch relativ günstig an der Schnellladestation, wenn du es mit Italien vergleichst, die genau solche Preise haben am Schnelllader. Dafür ist der Hausstrompreis viel günstiger in Italien als bei uns. Ich muss ja sagen, die ganze Ladestation alles, für mich ist das fürchterlich nervig, wenn ich da eine Stunde tanken muss. Ich habe schon keinen Bock an der Tankstelle zum Fahren und drei Minuten zum Tanken, geschweige dorthin. Also die Figur wird nicht mehr so sein, weil ich würde die ganze Zeit nur an der Tankstelle stehen und essen, 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 weil ich immer tanken muss. Hoi! Anstatt ausgestiegen bin ich rausgefallen. Das hätt's mindestens in die Rentnerstellung einstellen können, weil jetzt wär ich wirklich fast rausgefallen. Ja, ist es nicht in der tiefsten jetzt? Ich weiß, weiß man ja bei dem Auto gar nicht. Nee, nee, jetzt hoch, also alles gut. Brutales Teil, oder? Ich weiß ja nicht. Also was ist so dein Fazit darüber? Hättest du Lust, noch mehr davon zu verkaufen? Wenn sich die Möglichkeit ergibt? Auf jeden Fall, nur, es gibt ja keinen. Die First Edition ist durch und die anderen Autos mit 700 PS, weiß nicht, ob das so Spaß macht. 1000 PS machen natürlich riesig Spaß. Aber 700 PS ist einfach total lahm, findest du nicht? 700 PS ist untermotorisiert, aber im Notfall könnte man es auch fahren. Ja, höchstens halt für so Fahranfänger oder sowas würde ich es machen. Also wenn das Kind wird 18 und dann willst du natürlich nicht, dass er mit 1000 PS rumfährt, sagst du gut, hier ist die 700 PS Variante, damit alles nicht so gefährlich ist. Also sagen wir mal so, das Faszinierende am Elektroauto ist ja tatsächlich die Beschleunigung. Der Topspeed 170, ist natürlich jetzt nicht super cool, aber die Beschleunigung ist faszinierend und im Gelände ist der auch gigantisch. Und das Schönste ist, fahr mal auf die Maximilianstraße, ich habe es gemacht, da musst du fragen, ob du in dein Auto einsteigen darfst, da geht es mal richtig ab. So heftig, ja? Ja, Wahnsinn. Ist ja auch ein echt polarisierendes Auto mit unglaublichen Funktionen und auch mit unglaublich perversen Eckdaten eigentlich, wenn man es so sieht. Jetzt mal angefangen vom Crab Walk über die PS-Zahl, über das perverse Gewicht auch teilweise. Also für mich ist das eine Faszination, dieses Auto und ist genau das, wo ich sage, man beschäftigt sich mit sowas aus Faszination. Das wird jetzt natürlich nicht jeder kaufen oder kaufen können oder kaufen wollen, aber wenn ihr es wollt, da ist euer Mann. Bevor er das Ding in die USA schleppt, greift zu, Leute. Vielen Dank für diese Fahrt und den Private Talk darüber. Hauptsache es hat dir Spaß gemacht. Auf jeden Fall, natürlich. Und jetzt musst du wieder in den Mercedes steigen, du Armer. Ja, das ist halt mein Schicksal. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Jetzt lässt du mich hier, oder was? Ja, jetzt kannst du hierbleiben und du kommst schon heim. Achso. Ciao. Vielleicht doch SUV in Zukunft, oder? Wäre das was für dich? Du kannst einfach aus der Parklücke so links raus, musst nicht rumrangieren. Findet ihr nicht auch, dass das eine der Highlight-Folgen hier bei Carmaniac war mit dem Hammer-EV? Ich bin immer noch paralysiert von diesem Auto und bevor ich mich verabschiede, ein Appell nach da draußen in der Hoffnung, dass er es sieht. Arnie, Arnold Schwarzenegger, wenn du dir einen Hammer-EV kaufst und das zufällig in München beim Geiger während des Besuchs des Oktoberfestes oder was auch immer, ich möchte unbedingt mit dabei sein. Bitte denkt dran. Ihr seid hoffentlich auch wieder mit dabei bei der nächsten Folge von Carmaniac. Und ich sage nur eines, I'll be back. unten Shopkick. Und ich sage nur eines, ich sage nur eines, ich sage nur eines, ich sage nur dich. Das war toll, ich sage nur mich. Und ich sage nur um Herzlich willkommen. Gib euch jetzt Geld doch um es, ich sage auch nicht. Und ich sage nur noch einen Raumengeced. Ich sage nur wohin mir viel übrig, ich sage nur auf Wiedersehen. Und ich sage nur was infinity. Ich sage nur, ich sage nur Unfortunatelyemאני Historic. Vielen Dank.